Willkommen zu der neuen Folge von Slash. Oh ja, in der letzten Folge von Slash habe ich zwar geredet, aber man hat mich nicht gehört. Ich habe gegen SZT Rico gekämpft und er hat, ich habe in unserem Video gesehen, dass er sich beschwert hat, dass ich die Kobold hatte, aber ich habe ja SZT Rico, falls du das siehst, ich habe den Kobold Fass gehabt und der ist ja halt episch. Und heute machen wir einen Flowriss-Kampf. Und zwar, wir sehen uns am kleinen Cut wieder, wenn ich mein erfundenes Deck aufgebaut habe. So, das ist mein Deck. Ich habe einfach irgendwelche Truppen schnell genommen und wieder auf geht's in einen Kampf. Falls ihr nicht wisst, was ein Flowriss-Kampf ist, das erkläre ich euch in dem Kampf. So, gegen Line 5 war, so ein Flowriss-Kampf ist so gesagt etwas, ja du darfst keinen Schaden auf den Tower kassieren unter, so halt gesagt. Oh, also der Gegner darf keinen Schaden auf den Tower bekommen. Oh, das war knapp. Sonst hast du schon verloren. Die Challenge, so gesagt, verloren. Na, deswegen, was? Man braucht noch so kleine, wie zum Beispiel wie die Lakaien, die ich mitgenommen habe. Und ja, halt schnell, wenn man kein Elixier hat, kann man dann abwehren. Ja, die Lakaien habe ich auch. Übrigens noch auf Level 7. So, schon mal alles abgewehrt. Wir beide haben noch keinen Schaden kassiert und keinen Schaden angerichtet. So, ich glaube, ich sitze den Riesen. Shit, der hat den. Ah, ist da, ultra leck. Schnell, so, zack. Verteidigen. Der Ritter ist hart, knackig. Und er sollte das Problem lösen. Dreh dich. Dreh dich. Oh nein. Hilfe. Shit, ich habe schon die Challenge verloren. Schade, aber ihr seht, das ist schon schwer. Sowas zu machen. Und so einfach ist es nicht. Sieht vielleicht für euch einfach aus. Ist es aber nicht. Könnt ihr mal gerne selbst versuchen. Und die Skate muss ich nicht jetzt großartig abwehren. So, zack. Mini-Paker. Pfeil habe ich. Zack. Erst mal eine kleine Armee aufbauen. Ich baue schon mal erstmal eine kleine Armee auf. Und ich setze jetzt den Freeze. Der Riese chillt ganz schön und schlägt den Tower. Schaden mache ich. Gut, 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 gut. Ritter, hol dir den Turm weg. Und nice. Fällt gerade auf, dass ich die ganze Zeit meinen Alexi volllaufen lasse. Deswegen pushe ich jetzt direkt nochmal. Und zwar hier. Hier müsste er jetzt unbedingt verteidigen. Sonst hat er verloren. Hoffentlich gewinne ich auch noch. Komm schon. Ja. Ja, es geht so. Muskeltieren. Muskeltieren. Hexe war kein Problem. Vierschal macht sie jetzt nicht. So. Lakaien. Und Kobolde sind abgewährt. Riese hier hinten. Ritter vorne. Valkyre in die Mitte Elektro-Titte. Ritter vorne. Shit. Zu früh gesetzt. Shit, 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 shit. Er hat gleich meinen Turm. Er hat gleich meinen Turm. Friesen schnell. Ich muss schnell Friesen. Der Giant. Komm, komm, komm. Easy. Gewonnen. Auf fünf Sekunden. Und das war ein bisschen knapp. Und ja. Dann versuchen wir gleich den nächsten Kampf. Oh, sexy. Eine Goldruhe. Es ladet schon wieder so lange. Wieso? Bestimmt nicht mit dem WLAN. So. Mal die Goldruhe schon mal öffnen. Direkt im nächsten Versuch zum Flowskampf. So. Mal sehen. Danke. Viel Glück. Haha. Ah, es war ein gutes Spiel. Jetzt erstmal die Kobolde. Dann setze ich die Valkyrie. Ohne auf, äh, Muster zu machen. Und jetzt greife ich hier an. Dann greife ich so an. So. Der Minimaker kann man schon mal ablenken. Shit, der Prinz ist schnell. Ich konnte schnell mit den Kobolden. Oh. Okay, nein, verkackt. Oh, ich hab halt ein bisschen, ich glaub ich mach gleich den Freeze-Baba raus. Weil es für mich so ein bisschen zu teuer ist. Und jetzt hier auch nochmal den Mini-Pack auf. Ich greife von zwei Seiten an. Und freeze über eine Seite. So. So. Verkühre. Schnell. Snacken sich die beiden Truppen. Shit, 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 shit. Ich bin nicht wirklich gut da drin. Das mache ich eigentlich jetzt zum ersten Mal. Und deswegen. Ja. Hu. Verkühre. 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 Zum abwarten hier. Shit, 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 shit. Verkühre. Verkühre. Ja. Kein für den Ballon. Halt sogar für den Lufttruppen. Friesen. Die können ordentlich Schaden zu zweit machen. Außer wenn die abgewärmt sind. So. Jetzt zack und zack. Jetzt hat er das Zielverschlein. Jetzt kann ich hier ordentlich mit der Verkühre alle weg snacken. Erstmal schnell Friesen. Nice. Der Rage hat nichts gebracht. Bis auf jetzt. Jetzt werden Muskeltieren und er hat meinen Tower. Oh Gott, er greift so schnell an. Ich habe keine Chance. Ich kann auch nicht abwehren. Friesen. Friesen. Perfekten Moment gefriesen. Bis auf die Hexe. Ja, die, die. Ich bin jetzt nicht wirklich der Sparbo. Deswegen. Egal. Und nochmal 30 verloren Pokale. Ah, komm. Egal. Jetzt ist man das. Das ist dann alle ab. Ja. Für euch hat das schon ein allergültiger Prinze. Prinze. Ach, klar. so das heißt So, Maxo. Mal sehen, was du drauf hast. Der ist jetzt dritter. Das ist hier der Mini-Packer. Der ist nicht durchgekommen, der bei Kür ist auch abgewärts. Okay, ein kleiner Ruckel. So, der Baby hat den Drachen. Nein! Als ob er nicht auf den Ritter gegangen wäre. Scheiße, Drachenbaby macht hier Flächenschaden. Ja, das haben wir schon wieder verloren. Das ist deren Ernst. Oh Gott! Irgendwann habe ich ja die Valkyrie. Bumenschüsse. Ja, der Baba hat eh keine Chance alleine. Die Valkyrie. Oh! Oh! Der Klon ist irgendwie hässlich von der Valkyrie. Muss ich sagen. Die Valkyrie hier. Mann, dieser kackt Riese. Nein, du machst keinen Schaden. Yeah! Ja! Wie lange haltet der Drachenbaby das denn aus? So, Valkyrie neckt sich getötet die Barbaren. Und dann. Ein Riesen. Träcker. Luckys. So. Die ganze Zeit spammen. Der Riese kommt voran. Aber dann werde ich mit der Valkyrie wie gesagt ab. So. Der Mini-Packer. Er pusht jetzt ziemlich stark. Muss schnell abwehren. Mit dem Riese. Der Drachenbaby lebt immer noch. Arschlärchen. So. Zack. Den Ritter. Schnell die Pfeile für ein bisschen nachdamage. So. Zack. Oh, er kommt ziemlich nah dran. Jetzt hack sie alle weg, Valkyrie. So. Jetzt ist hier der Riesen. Oh Gott, ist das sehr ernst. Ja, kein. So. Zack. 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 Komm schon. Komm schon. Komm schon. 15 Minuten noch durchhalten. 15 Minuten. Alles klar, ne? 15 Sekunden meint ich eben. Zack. Wenn es euch gefallen hat lassen, liked da, positive Wertung, würde mich freuen und lasst uns ein Abo da, wenn ihr kein Video verpassen wollt und ja, die Videos ist smart, ja, also ne?